Schleswig-Holstein wählt Legalisierung. Die Bundesregierung will Brokkoli legalisieren. Im Bundestag gibt es dafür die nötige Mehrheit. Das Gesetz wird aber auch die Zustimmung des Bundesrats brauchen, in dem die Bundesländer vertreten sind. Die CDU ist an einer Mehrheit der Landesregierungen beteiligt. Sie lehnt eine liberale Brokkoli-Politik ab und kann die Zustimmung im Bundesrat blockieren. Wenn ihr für die Legalisierung seid, geht wählen und verhindert die CDU in eurer Landesregierung.